Ganz sicher nicht. So eine Scheiße schau ich mir nicht an. So übel ist das nicht. Eigentlich ist es ganz interessant. Ja, jetzt machen wir mal Dada. Dann stellen sich alle die Frage, was ist Dada? Doch wie gibt's Dada? Wie geht's Dada? Zum Beispiel, wenn man ja Theater spricht, das kommt später. Erstmal muss man lernen sich zu bewegen und Zeichensprache zu können. Das ist von unten. Ich bin der Löwe! Ähm, ich glaub wir sind schlechter als die anderen. Na ja, es motiviert zum Besserwerden. Der rote Weg ist durch die Medien in Berufung geraten. Man sagt zum Beispiel, dass man hier abgestochen wird oder sogar ausgeraubt wird. Komm, wir probieren es mal aus. Ich muss euch enttäuschen, tut mir leid. Ich wurde weder ausgeraubt noch abgestochen. Finden Sie Kultur oder Mathe-Biochemie? Das kann man nicht abwägen, das gehört zusammen. Ja, ist so. Wenn ihr nicht was über Kunst und Kultur lernt, dann könnt ihr auch den Stoff, den ihr in der Schule über Mathe und Biochemie behandelt oder nicht richtig lernen. Wollen wir sie reinlassen? Ja! Wollen wir sie reinlassen? Ja! Wir wollen ein Musikvideo machen. In meiner Klasse haben alle einen Traum. Denn erfüllen wir uns auch. Wenn du nicht hören. Weißt du stolz? Stolz, ob was wir machen, was wir tun. Denn jeder von uns kann was. Jeder hier ist cool. Irgendwie sind wir doch alle gleich. Egal ob schwarz, weiß, arm oder arm. Das ist nicht irgendeine Phase Salamu alaikum, mein Name ist Abed Ich arbeite in der Werkstatt und schraub an dem A6 Von meinen Autos kann ich dir jedes Teil aufzählen Kunden, die viel reden, kann ich gar nicht aufstehen Denn mein Job hab ich von A bis Z im Kopf Ich mag die mit dem Schlüssel nicht, die neue Technik mit dem Knobbel Was ich brenne, an Autoschrauben ist das Herz Denkst du, dass du, wo du jetzt so viel über Kunst und Kultur gelernt hast Dass du das auch irgendwie beruflich nutzen kannst? Ich würde es gerne, aber ich denke, dass man da Also wenn man einen kreativen Beruf hat, nicht so finanziell Also das ist nicht so Es geht um die Prozesse Warten Auf meinen Auftritt Was für eine Probe läuft gerade? Die Generalprobe Genau, Probe Das war's von Interview aktuell Und wir melden uns dann, wenn es neue Ergebnisse und Kenntnisse der Ermittlungen gibt Tschüss und bis zum nächsten Mal Toll Es war einfach klasse Ich fand es wirklich super, haben wir alle nochmal gesteigert Es war der beste Durchlauf Ja Beste Steigerung Ja, wir können sehr zufrieden sein mit dem Stand Ich bin zu alt für diese Scheiße Ja, wir haben da Also ich bin und da Und da Ich bin mal Oh, ich bin mal